Drittes Viertelfinale bei Zugzwang, dem einzigen Schachturnier der Welt aus Hamburg, fand statt. Zwischen zwei, ich glaube, das kann man vorwegnehmen, vielleicht der besten Teilnehmer im gesamten Feld. Ronny Berger, keine Unbekannte in der Schach-Streamer-Szene, schon, ich glaube, den zweiten Platz belegt bei einem anderen Streamer-Turnier. Da sehr, sehr, sehr knapp im Finale verloren. Also, den hatte ich auf dem Zettel über Bröki, ich glaube, bekannt hauptsächlich durch League of Legends. Wusste ich tatsächlich gar nichts im Schach-Kontext, aber wir werden sofort sehen, dass auch Bröki hier für Zugzwang-Verhältnisse ein hochqualifizierter Spieler ist. Und wir steigen ein in die Analyse. Ihr kennt das Format, zwei Partien werden gespielt, zehn Minuten plus zehn Sekunden. Und wir gucken mal schnell, was hier passierte. Erste Partie, Ronny Berger mit Weiß, die italienische Eröffnung. Beiseiten bringen die Figuren raus, Bau nach A6, auch ein guter fortgeschrittener Zug, hier macht dieses Feld für den Läufer frei. Gemeinem würde man sagen, erstmal Sprenger raus, dies als jenes. Aber A6 zeugt schon von Spezialwissen, da habe ich nichts gegen 1 zu werden. Bau nach A3, hier nicht ganz so nötig, aber spiegelt ein bisschen die schwarze Idee. Bau nach B5, ein bisschen zu aggressiv. Aber ich kommentiere schon wieder jeden Zug, ich wollte Highlights machen, ich kann es mir einfach nicht abgewöhnen. Sprenger nach D4, Sprenger in der Mitte, gibt diesen Bauern, ich hatte an weißer Stelle diesen Bauern weggenommen und hier mit dem Doppelbauern gelebt. Bauer ist Bauer, Zentrumsbauer, ist wichtig. Aber Ronny Berger sieht das anders, wie wir auch in der nächsten Partie noch sehen werden. Schlägt hier, jetzt hätte Schwarz Stabilität aufrechterhalten können, indem er mit dem Läufer schlägt. Aber Rücken entscheide ich für das Schlagen mit den Bauern und das gibt weiß. Eine taktische Gelegenheit, an der Ronny vorbeigeht. Das hier sind natürlich auch sehr unkonventionelle Stellungstypen, also kann man nicht unbedingt erwarten bei Zugzwang, aber ich zeige es euch trotzdem. Hier hätte Weiß mit dem Läufer hier reinschlagen können. Opfert den Läufer. Der Kühlschlägt zurück und jetzt der dämonische Doppelangriff. Die Dame gibt Schach und greift diesen Läufer an. Schwarz 10 Bauern dazwischen. Der Läufer fällt und Weiß hat deutlichen, deutlichen Vorteil. Bauer mehr, der ist schwach. Es droht dieses Schachgebot. Also erste gute Chance für Ronny Berger, aber natürlich eine sehr versteckte. Er geht daran vorbei und die Partie entwickelt sich relativ normal. Hier können wir ein bisschen im Zeitraffer vorangehen. Diese Chance bestand noch eine Weile, wurde aber nicht genutzt. Bauer nach d5 schlägt hier. Besser gewesen wahrscheinlich hier zu schlagen, aber alles ziemlich normale Züge. Läufer schlägt d4, Ton nach e1. Der Springer stellt sich dazwischen, auch gut gesehen, blockt das Schach ab. Springer nach c3. Der wird weggenommen. Häufige Entscheidung. Ja, Läufer gegen Springer tauschen oder nicht. Ich habe mir abgewöhnt, das jedes Mal zu kritisieren auf dem Niveau, wenn ich nicht damit einverstanden bin. Weil Springer halt gemeine Figuren sind und die zu eliminieren auch ihre Vorteile hat. Dann gibt es keine Springergabe. Empfehlen würde ich es trotzdem nicht, weil es gleich auch langfristig bad habits kreiert. Aber ich kann die Entscheidung verstehen. Bauer nach h6. Möchte die Fesselung verhindern. Bisschen langsam, aber auch alles okay. Der kritische Moment kommt hier nach Dame nach g3. Ronny hat die Dame gut ins Spiel gebracht. Jetzt droht der Läufer, diesen Bauern zu schlagen. Und Schwarz könnte nicht zurückschlagen, denn der G-Bauer ist gefesselt und das übersieht Brücki mit dem Zugbau nach a5. Er hätte hier den Springer in den Weg stellen sollen, wonach die AT grob ausgeglichen bleibt. Aber nach Bau nach a5 fällt der Bauer und Ronny geht mit einem Bauern in Führung. Noch nicht entscheidend und Brücki reagiert auch gut, fällt den Springer in den Weg, pariert damit das Matt. Die Partie läuft auf hohem Niveau mit weißem Vorteil, also auf hohem Zugzwang Niveau. Weiter Dame nach b8. Ronny entscheidet sich für das Endspiel, für den Damentausch. Ich glaube auch hier, dass ein Sophie Bauner E5 oder Bauner F4 um die Damen auf dem Brett zu behalten. Viel Spür sich gehabt hätte, aber wir gehen ins Endspiel. Es wäre alles mögliche runtergetauscht. Weiß immer noch ein Bauern mehr. Aber die schwarzen Figuren stehen jetzt vernünftig, dass ich denke, dass bei bestem Spiel hier schwarz das wahrscheinlich sogar noch halten sollte. Ist ein bisschen auf der Kippe, aber beide Seiten spielen logische Züge. Ich habe hier, wie gesagt, alles auf Zugzwang Niveau. Wenn das eine Wernpartie wäre, würden wir es anders kommentieren. Aber auf Zugzwang Niveau ist das absolut, absolut gut, wie beide hier spielen. Nach G3 hatte ich ein bisschen kritisiert, weil nach Springer E5 die Springergabel gedroht hätte. Aber auch das hätte Ronny noch parieren können mit Turm T1, den Bauern decken und dieser Gabel ausweichen. Brückgehe manövriert ein bisschen langsamer, den Springer hier durch die Gegend. Türme werden getauscht. Turm nach C8 gut. Turm nach C1 sehr passiv. Turm auf der offenen Linie, nur im Notfall. Der Läufer ist ein bisschen weniger wert. Ich hätte hier eher den Läufer genommen, um diesen Bauern zu verteidigen. Denn wir wissen, Turm fünf Eiskugeln, Läufer nur drei Eiskugeln. Dann kann man den Läufer eher dafür abstellen. Und der Turm kann vielleicht was Aktives machen. Hier hin oder hier hinten rein. Aber es geschieht Turm C1. Und jetzt ist Brückgehe wieder gut im Spiel. Aktiviert hier den Springer. Alles okay. Läuft nach D4. Soll den kontrollieren. Springer E5. Wieder guter Zug. Läuft nach D4. Nicht der beste Zug. Könnt ihr hier am Balken sehen. Der Balken war dafür erstmal den König heranzubringen. Aber alles, alles logisch. Springer E5. Schlägt, schlägt. Weiß immer noch einen Baum her. Aber weiß er den passiven Turm. Diese Stärkung sollte grob ausgeglichen sein. Ihr seht der Balken. Ist er in der Mitte. Könige werden in die Mitte gebracht. Auch gut gespielt von beiden. König E3. Ein Fehler. Ist mir gar nicht aufgefallen beim Kommentieren. Auch ein komplizierter Fehler. Hier hätte... Sorry, das muss ich selber für mich einmal gucken. Hier hätte Schwarz ins Bauernenspiel gehen können. Das ist ja selten. Denn Schwarz hat einen Bauern weniger. Normalerweise sind Bauernenspiele mit Bauern weniger schlecht. Aber das hier ist eine Ausnahme. Weil Schwarz Bauern nach D4 spielt und mit seinem einen kleinen Bauern drei weiße Bauern dominiert. Ist mir beim Live-Kommentieren auch nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber hier gewinnt Schwarz, obwohl er einen Bauern weniger hat, sehr, sehr selten in Bauernenspielen. Also hätte ich auch nicht... Ich weiß nicht, ob ich das gesehen hätte. Hätte ich auch nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Aber hier hätte Schwarz tatsächlich ins Bauernenspiel gehen können und gewinnt. Überraschend. Also weiß wartet irgendwie ab. Schwarz kommt mit dem König ran. Weiß kann nichts tun, weil der König auch nicht hier rüber laufen kann. Kommt der hier. Sehr selten. Wirklich sehr, sehr selten, dass mit Bauern weniger Schwarz ein Endspiel gewinnt. Aber hier scheint es so zu sein. Okay. Sorry für den Exkurs. König nach F5. Logischer Zug. Bau nach F3. Bau nach B4. Versucht hier die Fesselung zu nutzen. Alles immer noch gut gespielt von beiden Seiten. Schlägt, schlägt. König nach D2. Überdeckt. Und jetzt der Fehler. Bau nach G4 von Bröki. Das kostet den nächsten Bauern. Besser gewesen, wer hier zu schlagen. Turm schlägt zurück. Turm nach H8 zum Beispiel greift den Kollegen an. Und die Partie bleibt ausgeglichen. Den Bauern kann man nicht mehr so richtig verteidigen. Aber Bau nach G4 vorschnell. Denn jetzt kann Weiß hier mit Schachgebot schlagen. Und ich glaube, Bröki hat übersehen, dass der König jetzt diesen Turm verteidigt. So dass jetzt hier Bauernendspiele keine gute Idee mehr sind. Man muss hier durchzählen. Mit zwei Bauern weniger muss man sich sehr, sehr sicher sein. Vielleicht gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn man zählen kann, ob dieser Bauer hier schnell genug ist. Computer sein Ausgleich. Also wahrscheinlich ist er schnell genug. Ich bin nicht so gut im Zählen. Scheint zu reichen. Schwarz ist schnell genug. Bau nach E2, König nach D2, König nach F2 und holt sich hier eine Dame. Das bliebe ausgeglichen ungefähr. Aber sehr, sehr kompliziert. Gerade so Endspiele mit komischem Materialverhältnis sind jetzt echt nicht, was wir bei Zugzwang gewohnt sind. Deshalb kein Vorwurf am Bröki hier. Vorwurf für den Zug G4, aber kein Vorwurf dafür, die Türme zu behalten. Das ist der normale Reflex. Ronny überdeckt den Bauern. König nach F3, wieder gut. Bau nach B4. Bau nach B5 auch gut. Bau nach E4. Ich dachte vielleicht erst mal König F2. Aber das Buch Balken steht weiß auch hier besser nach Turm nach R1. Bau nach E4. Und Ronny, um das hier nicht vier Stunden lang zu machen, gewinnt das Turm und Spiel. Turm nach F4, noch instruktiver Moment. Ich denke, der cleane Weg hier, auch wenn der Computer mir wie immer widerspricht, wäre Turm nach B1 den Bauern dahinter zu stellen. Aber der Computer sagt, man muss es noch genauer machen. Erst König E2 spielen. Den König hier absperren. Und dann, wenn, keine Ahnung, schwarz hier schlägt. Jetzt können wir den Turm dahinter stellen. Turm und Spiel sind wahnsinnig kompliziert. Das lernen wir daraus. Ronny spielt auch logisch hier, kümmert sich um den Bauern. Turm nach F4. Turm nach B8. Turm nach F5. Überdeckt jetzt den Kollegen. König schlägt. Bau nach G4. König läuft ran. Bau nach G5. König nach G4. Auch alles gute Züge. Turm nach C5. Ich bin nicht sicher, diese Stellung ist auf der Kippe. Ob Weiß hier gewinnen kann oder ob es Remis ausgehen sollte. Bau nach G6. Es ist ziemlich knapp. Ich weiß tatsächlich nicht. Turm. Bau nach E3, Schachtgleichen. Fehler. Aber es ist zu kompliziert für mich. Was sagt Computer? So, 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 so. Jetzt hier abwarten. Computer, du sagst auch komische Züge. Jetzt will er warten und sagt, weiß kommt nicht so leicht voran. Ist mir ehrlich gesagt zu schwierig. Sorry. Ihr dürft nicht so gut spielen, dann kann er es auch nicht mehr hier analysieren. Es ist zu kompliziert. Turm nach G8, Turm C6. Turm B8. Bau nach B6. Jetzt wahrscheinlich die letzte Chance hier auf der siebten Reihe dagegen zu halten. Diese Bauern zu stoppen. An der geht Bröki vorbei. Aktiviert den Turm, aber etwas zu spät. Turm nach A8. Und jetzt sind die weißen Bauern zu schnell. Ronny läuft hier vollkommen zurecht mit dem König raus. Allgemein eine sehr gute Partie von beiden Seiten. Wir dürfen nicht vergessen hier, das sind keine Schachprofis. Bröki spielt erst seit vier Wochen Schach, soweit ich weiß. Und wenn dem so ist, dann ist es so unglaublich, wie gut er in der Zeit geworden ist. Aber er verliert hier diese Partie gegen Ronny Berger, der sich mit Schachgebot die Dame holt und danach den schwarzen Bauern bequem stoppen kann. Gibt ja mal ein bisschen Schachs, aber das ändert nichts. Und Ronny Berger gewinnt die erste Partie. Sehr, sehr stark gespielt von beiden. Nicht gut analysiert von mir, aber es war auch echt zu kompliziert für Zugzwang. Machen wir uns nichts vor. Können wir nicht machen, sowas. Partie Nummer zwei. Bröki mit den weißen Steinen. Stand jetzt unter Siegzwang. Griff ebenfalls zu Bonner E4. Es kam wieder Bonner E5 und meine Lieblingseröffnung, das Stafford Gambit. Ich will nicht jedes Mal einen Rant halten. Ich finde es halt schade. Stehst nach drei Zügen auf Verlust mit Schwarz, dass die Leute, die so gut sind wie Ronny Berger, die sich mit Schach viel beschäftigen, dann fast zwangsläufig ja irgendwie beim Stafford Gambit landen. Im Internet sehr, sehr populär ist, viel angepriesen wird. Es ist halt Quatsch, ne? Also ihr guckt auf den Balken. Da ist er in der Mitte. Bau nach D6. Zack. Da geht er hoch. D schlicht D6. Hier gibt es die ganzen berühmten gemeinen Tricks und Fallen. Nochmal das Public Service Announcement für weiß am einfachsten. Sprenger raus, verteidigt den Bauern. Der Läufer wird hierhin kommen, um hier ein bisschen Druck zu machen. Und jetzt der eine wichtige Verteidigungszug. Bauern nach H3, um dieses Feld zu überdecken. Und Schwarz hat nicht mehr besonders viel Beierpower. Weiß möchte einfach in Erfolgszeichen. Bauern nach D3 spielen. Bauern nach G3. Läufer nach G2. Dame hier raus. Läufer nach E3. Und Weiß steht auf Gewinn mit dem Bauern mehr, dem schwarzen Doppelbauern. Und hier direkte Angriffsversuche wie Dame nach D4. Buchten da auch nicht besonders viel. Es verteidigt das. Bringt den Läufer raus. Und gewinnt. Natürlich muss man die Partie noch gewinnen. Und ich weiß, auf meinem Niveau klappt der Trick. Aber und so weiter und so fort. Ich sag's euch nur, wie es ist. In der Partie folgte Bauern nach D4. Sprenger schlägt E4. Läufer nach D3. Bauern nach D4. Gibt diesen Bauern halt sofort zurück. Deshalb nicht der aggressivste Zug. Die haben jetzt grob ausgeglichen. Ronny hatte ich euch überlegt und dann zurecht verworfen, diesen Bauern zu schlagen. Das war sehr schlau. Wenn er dann hier schlagen würde, käme Dame nach E2. Fesselung. Und der Springer könnte nicht entkommen. Jetzt haben wir Läufer nach F5. Bauern nach F3. Der Springer wäre weg. Also gut gemacht von Ronny, der hier die Gefahr wittert, sich mit dem Springer zurückzieht. Und die Partie verläuft lange Zeit ziemlich ausgeglichen. Beide Seiten bringen die Figuren logisch raus. Dame nach D6. Läufer nach G3. Greift die Dame an. Dame geht zurück. Der Springer kommt an. Toner E8. H3. Bisschen langsamer, aber auch okay. Ton D8. Alles normale Züge. B4 fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich hab's eigentlich während des Kommentierens auch nicht gesehen. Mein Spinnensinn meinte nur, das ist ein komischer Zug. Computer sagt, den kann man ja rausschlagen und jetzt hier gleich Druck machen. Aber auch nichts. Auch nichts, wo ich unbedingt drauf gekommen wäre. Also die Partie verläuft weiter ausgeglichen. Läufer D6. Schlägt, Schlägt. Bau nach C4. Bau nach B6. Bau nach A4. Alles okay. Bau nach A5. Und jetzt gibt Bröki sich hier die Blöße und möchte zu schnell Action in der Mitte machen. Springer nach E4. Aber das wendet das Blatt ein bisschen. Danach steht Ronny Berger besser. Hätte einfach die Boren getauscht. Denn der Bauer hier war ja angegriffen. Dann steht Weiß nach wie vor. Etwas angenehmer. B schlägt A. B schlägt A. Dame irgendwo hin. Weil es steht ein bisschen besser. Es kann alles passieren. Aber nach Sprenger E4. Ronny schlägt zurecht, um sich hier nicht mit diesem Abtausch seinen König öffnen zu lassen. Läufer schlägt E4. Vielleicht wäre Tomschläge E4 ein bisschen besser gewesen. Nach Läufer schlägt E4. Sind diese Bauern ungedeckt. Und Herr Berger bedient sich. Aber jetzt ein Bauern mehr. Und Bröki, der gewinnen muss. Natürlich in einer schweren Situation. Weil Ronny eben auch sehr, sehr wenig Fehler macht. Bau nach D5. Der Läufer geht weg. Turm nach B8. Bauern nach G4. Türme werden getauscht. Dame nach B7. Ist ein kleiner Fehler tatsächlich. Aber ein Fehler, der ihm dieses Match gewinnt. Besser gewesen wäre Dame nach C7 zu spielen, um den Bauern hier zu überdecken. Denn nach Dame nach B7 hätte Weiß einfach den Bauern schlagen können. Bauern wieder ausgeglichen. Und Stellung ebenfalls. Er hätte noch alles passieren können. Stattdessen. Turm nach B1. Ich glaube, solche Geschichten passieren häufiger. Auch das hier ist ja sehr fortgeschrittenes Zugzwangniveau. Dass man einfach auf der offenen Linie den Überblick verlieren kann, wie viele Figuren greifen da was an. Also hier immer noch einmal, wenn man sich nicht sicher ist, mental durchzählen. Turm nach B1. Die Dame schlägt. Meine Dame schlägt. Der Turm schlägt. Kann ich da nochmal zurückschlagen? Die Antwort ist nein. Deshalb Turm B1. Eigentlich der einzige grobe Fehler in diesem Match. Verliert einen Turm. Und damit ist es vorbei. Der Rest ist einfach. Ronny Berger gewinnt dieses Match 2 zu 0. Aber man muss sagen, hier werden wir noch ganz kurz bis zum Ende. Ah, es passiert immer. Man muss sagen, mit der Leistung von Bröcki hätte er die allermeisten Zugzwangmatches für sich entschieden. Und wenn er wirklich jetzt seit vier Wochen, sechs Wochen, was auch immer Schach spielt, dann ist das unglaublich stark, was er abgeliefert hat. Wie stark Ronny Berger ist, wusste ich schon. Und der ist ja, glaube ich, auch sehr präsent, auch ab und zu hier bei mir im Stream oder guckt meine Videos. Ronny Berger ist drin in der Schachwelt. Und ich glaube, vielleicht auch der große Turnierfavorit jetzt für den Rest des Weges. Aber auf jeden Fall Hammermatch zwischen den beiden. Glückwunsch an Ronny Berger, der ins Halbfinale einzieht. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.